Nun gibt es zwar einen 17-Punkte-Plan, doch der muss erst mal umgesetzt werden. Die Scheiß kann lachen, hey, die geben ja alle auf den Sack! Boah, der kriegt Kopfschmerzen, wenn ich so eine Kacke sehe. Und damit auch das Solidaritätsproblem. Und zwar nicht nur EU-weit, sondern auch innerdeutsch. Bayern gegen die Bundesregierung, so der Eindruck. Ja, aber wenn die Krieg zu Hause haben, dann müssen die natürlich hier hinflüssen, das ist doch völlig klar. Ich glaube, ich sollte auf jeden Fall welche aufnehmen.